Der Boden ist Guava. Was? Von's Wasser rein. Sind das Stühle in diesen Wissenschaftsröhren? Wir sollten so etwas tun. Aber ja, ich weiß es nicht, aber wir können es nicht einfach hier lassen. Nehmen wir es mit uns, bis wir herausfinden, was vor sich geht. Na gut. Warum ist da ein Stuhl drin? Warum nicht? Warum liegen da Hot Dogs? Warum hast du das gehabt? Das sind das einzelne Ding. Schaffe ich das noch? Oh! Das war knapp. Ne, 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 das passt nicht, das passt nicht. Ah. Lauf, 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 lauf. Oh! Ja, ich müsste jetzt auf dich warten. Ah, das passt doch. Ja. Das ist irgendwie... Lauf, 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 lauf. Stopp. Huh. Hm. Haha. Lauf, 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 lauf. Oh. Okay. Was machst du? Nein! Ich wollte nur testen, auf welcher Seite man spawnt. Das war natürlich mit Absicht. Ja. Huh. Okay, man schafft es doch ganz gut. Ja, drüber. Aber das mit springen. Egal. Dann nicht. Versuch wieder Speedrun zu machen. Renn, 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 renn. Ja, mit einem Sprung am Ende geht's. Lauf, 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 lauf. Und stopp. Stopp, stopp, stopp. Äh. Ich hab's noch gerettet. Ja, ich dachte irgendwie, wenn einer von uns das schafft, da oben rauf zu kommen. Andere Seite. Genau auf die andere Seite. Ja. Nein. Nein, ich wusste es. Ich wusste es. Und ich bin hier hinten. Ich bin da. Macht ja gar keinen Sinn. Ich gehe am besten vor. Kein Wunder, dass wir vier Minuten brauchen. Mann. Gib dir doch mal Mühe. Ja, warum ist denn meiner schon wieder langsamer? Spring. Ja, stimmt, aber echt langsam. Genauso wie ein Dead by Daylight. Mein Charakter ist auch immer langsamer. Und lauf, 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 lauf. Stopp. Nein. Oh, wann bin ich denn reingefallen? Ein bisschen zurückziehen. Warte, geh auf die Seite. Nein. Nein, nein, nein. So, und jetzt lauf, 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 lauf. Warte, da kommt noch mehr. Oh, ja. Oh, nein. Was machen wir hier? Gute Frage. Okay. So, ich bin hier gerade Fallgeist, oder? Ja. Oh. Fallgeist, nur mit Umzügen. Nein. Die Störung ist ja echt gemein. Die anderen beiden Sachen müssen wir wieder zusammen nehmen. Das könnte spannend werden. Oh Gott, die Couch ist ja extra lang. Aha. Warte. Ob das Ding weg ist, jetzt. Lauf, 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 lauf. Nein. Stopp, 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 stopp. Lauf, 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 stopp, stopp, stopp. Stopp. Stoppen, stoppen, stoppen. Nein, nein, nein. Jetzt, jetzt, jetzt. Weiter, 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 weiter. Lauf, 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 lauf. Warte, ich möchte ans andere Ende flossen. Warte, oh Gott. Oh, ist ja schlimmer als die Arkaden-Level, ey. Ähm, werfen? Werfen. Ah. Ja, passt ja erstmal. Da war ja noch so ein anderes Ding. Dieses Stuhlteil. Ah, ne, Melone ist auch noch mit drin. Und kühlt zu Hause wie eine Melone. Diesmal schaffen wir es, diesmal schaffen wir es. Wir haben nicht so nach unten gelaufen, hätten wir es geschafft. Man rutscht einfach weg. Ja. Warum tust du mir das an? Ja. Du schaffst mich nicht daran. So. Ja, geh du vor. Und werfen. Ja. Naja. Nee. Das Ding wollten wir reinwerfen und die Couch zählt plötzlich. Hm. Du warst nochmal werfen. Ach, nee, müssen wir von der Seite. So, oder? Huch. X drücken, dann. Ach, jetzt kommen noch die Playstation-Logos. Was ist das hier? Hä? Ah! Okay. Ach, so, guck mal da an der Wand siehst du immer welche Felder gerade. Ach, dann irgendwann ja nicht. Die sind einfach immer gut. Lauf einfach. Okay. Nimm. Oh, nee, 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 nee. Jetzt noch preis? Äh, ach Gott. Schnell, lauf, lauf, lauf. Das können wir so reinstellen. Oh, da drüben noch irgendwas. Oh, da drüben sind noch ein paar Sachen. Uff. Schau. Ach, ich lasse das einfach da erstmal liegen. Ich hab dir was hingeworfen. Puh. Oh. Puh. Nein. Alles so gut. Ah, ja. Das war doof. Warte, ich fang's. Nein. Ah. Zu gut. Warte. Mann. Okay, Konzentration jetzt. Oh. Ich hab nicht gesehen, dass es weggeht. Ich glaub, ich werf's so hin, dass es liegen bleibt einfach. Ja, gute Idee. Fängst du's. So, ich fang? Ja, gib mir Mühe. Juhu. Ich frag, ob wir da überhaupt alles reinkriegen. Fängst du's? Kannst du's ja abnehmen. Stopp, 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 stopp. Das kann ich bis ganz rüberwerfen. Na gut. Warte. Lass mich durch. Tada. Oh Gott, das Ding, das war zusammennehmen. Können wir das vielleicht werfen? Ja, okay. Vielleicht auch. Oh, schnell, schnell, schnell. Stopp, 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 stopp. Gottes Willen. Ich häng mir in der Luft. Links. Nee, doch nicht. Meine Nase juckt. Ja, wir müssen warten, bis es wieder vierkern scheint. Nein, chill, 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 chill. Als nächstes kommt Kreis. Du musst dich nicht da immer... Als nächstes kommt Dreieck. Lauf, 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 lauf. Guck mal, schau mal, dort andere Dinge da. Pack mal die Box rein, pack mal die Box rein. Die Box. Ich probier's doch. Warum nimmt der die Couch? Ich pack es mal ganz nach hinten hier. Räum mir mal ein bisschen um. Komm nicht durch. Da. Haben wir nicht, weil ich... ...mehr rausgekommen. Ey. Sind ich bei Super Mario? Warte, lass das nochmal werfen. Lass irgendwo was runter der Couch. Das ist das Problem. Wenn das weg ist, dann easy. So, jetzt aber. Schieb. Schieb. Na, die andere Couch ist auch noch im Weg. Mhm. Ich kriege nicht weiter. Nee. Na, aber vielleicht jetzt. Vielleicht jetzt. Ja. Neu, neu werfen. Oder lass uns jetzt ein anderes Ding machen. Oh. Spring. Warum tust du das? Ich hab nichts gemacht. Bist du da reingefallen. Das. Und dann noch andere irgendwie raufwerfen. Hä? Was machen wir denn da? Du hängst irgendwie fest. Hä? Hä? Das ist irgendwie sehr seltsam gerade. Boah, jetzt hatten wir die gleiche Idee. So. Das wird nichts. Das muss weiter nach hinten. Was ist denn mit dieser Kiste los? Gott, das war dein Struggle hier. Ich glaub, die Kiste ist immer noch nicht... Das wird niemals was. Also vielleicht haben wir Glück und die ist eine Millisekunde drin oder so und das zählt. Ja. Ja, genau, das ist für sonst Zeit wieder rausgeräumt. Oh Mann. Haltet aus, Möbel. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Ah. Bin ich Batman, Mann. Hast du Möbel? Bin nur ein Möbelpacker. Das sind keine Gegenstände, die Guave berühren. Reiter auf dem Fass. Berühr die blauen Plattformen nicht. Wow. 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 So. Vielen Dank.